und willkommen wieder zurück zu minecraft wir bauen gerade hier die redstone strecke mit der wir dann unsere farm hoffentlich irgendwann automatisch abernten können und erzählt ihr mal was ihr gerade macht ich wiederhole wir eigentlich nur wir wir machen was ganz anderes also ich spiele eigentlich gar nicht minecraft ja ich zocke gerade skyrim also gut hast du schon alduin getötet die töte ich doch nicht das ist mein bester freund ist einfach nicht gerade oben in der basis zufällig er könnte einfach nicht kurz hinunter gehen und in den farm hauptraum reingehen damit ich weiß wie weit ich graben muss was ist wo ist einfach mal unter unseren sehen die geheime basis die niemand jemals sehen wird und dann gibt es auf einer seite einen kleinen eingang und da gehst du mal bitte rein bis du oben stehst im startraum also noch bevor die farm eigentlich anfängt also ganz hinten ja alles so dass du gerade durch die türen gerade erst durch die tür gegangen bist eigentlich ich komme auch mal runter ich habe noch gar nicht so du bist du jetzt ich bin da hast du weiter gebaut da okay dann bleibt kurz dort stehen bitte damit ich bis zu dir noch graben kann ich stehe jetzt im türrahmen bitte gibt mir okay das ist gut warte mal ich habe es nicht an hallo ich bin tot ich habe es ganz perfekt geschafft dort hinzukommen wo ich hin wollte jetzt sterbe ich nicht mehr schau jetzt sterbe ich nicht obwohl ich meinen hunger total ist und ich nur ein altes herz habe tja dann könntest du mir das essen ich muss nicht mehr stehen bleiben wohnen nein nein kannst du schon weggehen passt schon danke du kannst die farme abbernten einfach ich mag haben ich verlege dann einmal meine redstone strecke ein wahnsinn ich bin und ich habe ganz eindeutig zu wenig redstone und zu wenig getreide ich habe hunger ja wir haben einfach zu wenig samen dass ich viel ansetzen könnte sonst hätten wir eh mehr ja ich habe einen samen oben ja dann hol die tja du bist tot ich bin oh gott gott kann dir jetzt auch nicht mehr helfen nein er hasst dich einer schon ich habe einen coolen soll ich ja so einen der 80 jährige einsetzt damit sie kleine kinder vergewaltigen ja genau der er hat dann habe ich nicht ich habe nach so das ist glaube ich der von den wie heißen die menschen menschen den menschen der menschen erzähl dass man bitte einen moslem oder so der gott der menschen ist unser gott was für unsere 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 vorname vom letzten mal vorname weit was wir nicht tun sollen was wir nicht tun sollen was weiß was ich nicht tun soll schön vergessen das ist mal wieder typisch so viel zu den guten vorsätzen ja vorsätze was wovon redet ihr hier soll man es nicht sagen schreibt es in die kommentare schreibt es in die kommentare was er falsch gemacht hat leute wenn ihr glaubt dass moslem in irgendeiner form beleidigend ist dann ist das nicht so und es ist beleidigend das wort selbst beleidigen zu finden ja eben also was habe ich jetzt gerade schlimmes getan das habe ich nicht gemeint nein das haben wir echt nicht gemeint wir haben was anderes gemeint ja das war das vorher ja aha ich soll es ja keine katholiken und papstwürze verreißen ok ok sorry perfekt das funktioniert schon mal dann muss ich jetzt nur noch mehr redstone kriegen kann einer von euch den hebel kurz umlegen bitte aber ich kann es glaube ich selber in irgendwo gerade ja ich kann es selber und ich habe Hunger immer noch es ist jetzt mal unsere kisten was macht da hinten eigentlich da hinten sind noch Samen was ist doch nicht gewusst das ist auch ein Samen so wieso sind eigentlich warte einmal kurz was wieso sind hier hinten Fische sind da hinten Fische drin ah ja wir haben jetzt hinten Fische wie geil man sieht sie selber unten nicht weil alles bösartig ist nein doch doch man sieht sie hauptsache ich denke die ganze zeit nach wie ich da raus komme da sehe ich dass auf der einen Seite ein fertiger Ausgang ist ich bin so klug manchmal das gibt es gar nicht ja ich kann es unkommentiert stehen lassen willst du mir irgendetwas sagen ne ok ähm ja gut äh ich brauche noch jede menge redstone und zwar genau zwei repeater habe ich noch das heißt eins eins zwei vier fünf also ich habe ein bisschen abgeerntet aber nicht recht viel elf stück redstone brauche ich noch das habe ich wirklich ja habe ich hochgelegt in die obere kiste sehr schön dann können wir die automatisierung abschließen ha jetzt fühle ich mich sinnvoll einmal in meinem Leben Pflastersteine jetzt spielt gerade wieder die Musik ah ja du hast ja jede menge redstone hier oben wir haben generell ziemlich viel von allen jetzt gerade im Moment kann ich mir gut vorstellen die expedition hat wirklich was gebracht aber hat auch uns allen ein Leben gekostet aber jetzt haben wir eigentlich da jetzt rechts unten tiefer gegraben ah ja genau ich weiß schon ja dann soll ich mal die Lava holen ja gute Idee ich habe äh ich lege drei Kübeln ins Elementar so sind alle Pistons hochgegangen äh es ist keiner da steht hinten überall ein Gravel nach oben na egal ich sehe sowieso gleich selbst ja es hat funktioniert ähm ja äh dann brauche ich jetzt noch einiges an Wasser also gehst du oder geh ich jetzt ich geh nicht dann geh mir die Kübeln ja die sind da in der in der Trüe oh da da oben rechts ah ach die kann man ja stapeln ja gut ähm habt ihr noch einen zweiten Kübel zufällig für mich sonst muss ich mir noch einen machen einfach wir haben so viel Eisenwaren dass du damit ruhig äh auskommen könntest glaub ich dann ok ja also ich geh mal runter und hol mir aber wir haben bei der gesamten expedition gerade kein Gold und keinen einzigen Diamant gefunden oder? es gibt keine unendlichen Lavaquellen mehr oder? nein das gab's nie oder? doch ganz am Anfang mal konnte man das einfach wie Wasser machen deine Teile Tabeln sind so geil da runter da rauf da nicht lang da auch nicht lang ja so funktioniert's halt ja aber stimmt ja hey wir haben Tintenfische wie geil geil aber ich hab irgendwie die Angst dass die Tintenfische runtergespült werden könnten glaub ich nicht ja schon nicht dämlich genug ich hab irgendwie das Gefühl dass ihr beide gerade leiser seid als die ganzen Zombies nee schade wir müssen deine nächsten Aufnahmen wieder mal ab ja ich sollte wieder mal nachher ansehen ob jetzt eigentlich die Lautstärke mit Musik und allem passt vielleicht also es tut mir leid falls ihr mich nicht hört äh falls ihr mich nicht hört haben sie das gerade nicht gehört ich weiß ja ja tja ok naja egal weil die Tintenfische desto nein Nein gestorben äh nein aber versinn ich die ganze Farm schon mal im Voraus überflutet und damit das halbe Getreide abgeerntet bevor es gewachsen ist naja ja erst wenn der letzte Baum gefällt der letzte Fluss vergiftet der letzte Fisch gefangen Dann werdet ihr merken, dass man Geld nicht essen kann. Gut, dass wir keins haben. Aber Getreide. Ja, aber Getreide. Aber davon haben wir auch nicht gerade viel. Ja. Also wir haben weder Geld noch Getreide. Also egal, was man davon essen kann, wir haben nichts zu essen. Stimmt. Wir sind sowas unarm. Bitte spenden Sie jetzt. Sie könnten wirklich spenden für unseren Server noch. Wir haben zwar keinen mehr, aber spendet trotzdem. Ja. Also theoretisch könnt ihr wirklich spenden. Also ihr habt ja irgendwo auf Facebook die Adressen zum Spenden. Genau. Das geht nicht an mein Konto. Das geht nicht an, Ines. Nein, es geht in gute Zwecke. Zum Beispiel Alkohol. Also bitte spendet. Das ist ein guter Zweck. Natürlich. Nur die guten Zwecke. Tja, sollten wir dann ganz langsam wieder mal wirklich aufhören mit dem schwarzen Humor? Nee. Ich glaube auch nicht. Naja, guter Zweck, Alkohol. Wir könnten irgendwelche zusehenden Kinder zu bösen Taten verleiten. Oh nein. Okay, so hohes Niveau kann man nicht von uns verlangen. Stimmt auch wieder. So, äh. Okay, noch einen Kübel. Was wollte ich gerade machen? Ich habe auch noch zwei Kübel, die ich dir jetzt geben kann. Ich brauche sie nicht mehr. Dann kommt runter. If you want that. Äh, ja, ich sollte vorher noch was... Ich könnte mir Essen craften. Ich habe jetzt Getreide. Können Sie mir Essen bringen? Ja, ja, ich nehme es damit, falls was übrig bleibt. Oder ich... Wenn ich nicht alles selber esse. Ich muss erstmal eine Lava-Welle finden. Eine schöne, sichere. Wir haben echt zu viel Zeug. Hey, ich bin jetzt auch Level 14. Wie geht das denn? Ich bin Level 15. Ja, durch das ganze Abbauen von irgendwelchen Blöcken levelt man sicher auch hoch. Okay, das habe ich jetzt gar nicht mitgekriegt, denn auf einmal bin ich 14. Nicht da lang. Schön. Nicht da lang. Wird auch nicht lang. Darunter, okay. Darauf, okay. Nicht da lang, nicht da lang. Warte, ich sehe was anderes. Da auch nicht. Darunter. Okay, das wäre wieder zurück. Nicht da lang. Nicht da lang. Nicht da lang. Ja, auch nicht lang. Spannend. Nicht da lang. Habt ihr irgendwas dagegen? Nein, nein. Das ist voll und ganz in Ordnung. Interessante Ab-der-Weg-Findung. Okay, und schon habe ich unser Hauptquartier unten gefunden. Arg, 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 arg. Was ist denn arg? Ich bin kein Lava mehr. Ich baue mal eine endlose Wasserquelle hier unten, damit wir hier unten endloses Wasser haben. Und ich wollte dir gerade ein Brot und zwei Kübel bringen. Ja, ich bin... Wo? Nichts in die Kiste, bitte. Okay. Okay, hilf mir. Ich komme zu dir und dann hilf mir. Ja, aber wo bist du? Ich komme gleich. Okay. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht bin ich gar nicht da. Also soll ich noch warten auf jeden Fall auf dich. Sollen wir den Zombiespawner hier mal kaputt machen in unserer Basis? Irgendwie macht mich das ein bisschen nervös. So. Ich habe den Zombies lassen. Okay. Gut, ähm, was haben wir als nächstes für Pläne eigentlich? Ähm, Ausbauung, alles. Von allem. Okay. Also wir werden jetzt mal das ganze Base-Teil da unten bauen, oder? Ja, wir brauchen mal die Lava. Dachtektur und so weiter. Gut, in der Kiste liegen Brot und Kübel. Okay. Und einen Fisch habe ich auch noch gehabt. Erstmal alles? Weil ich brauche alles. Ja, ja, klar. Äh, kann ich wieder raufgehen, oder? Oh, Skelett. Ich sollte nicht jedes Mal, oh, oder irgend sowas sagen, oder, oh, wenn irgendwas kommt, oder? Oh, ich habe mehr Hunger. Oh, ein Skelett. Ich habe kein Essen. Warte, ich habe noch Zombiesfleisch, aber sonst habe ich nichts mehr. Komm mal hin. Ja, ich habe jetzt die ganzen Kisten oben geordnet. Geile Arbeit. Der Pfeil, der steckt hier ziemlich stylisch in der Ecke. Ich muss auch sagen, ja, also wirklich so die Philosophie der Ecke, muss ich sagen. Ja, es ist sehr kunstreich. Okay, ähm, ähm, wow, Skelett. Jetzt habe ich schon wieder wow gesagt. Ich muss mir das abgewöhnen. Wo ist denn dein Skelett? Oben in der Basis, weil die irgendwie nicht so ganz gut gesichert ist. Kommst du runter? Ja, ja, wenn mich kein Skelett mehr von hinten angreifen würde, dann käme ich runter. Also ich bin schon auf dem Weg, auf jeden Fall. So, und ich schalte jetzt Aggro-Witz-Modus mal off, wirklich. Na, das wird nicht funktionieren. Nee, das wird nicht funktionieren. Nein. Ach, du bist ja zu dem Hai. Hallo. Yoselo. Yolo, oder was? Yolo. Ja, was ich gerade machen kann, ist wirklich Yolo. Na und? Also, von der Gefahr. Ein Stück Lava haben wir schon. Ein Stück Lava, ja. Wo ist Lava hin? Ich habe gerade... Achtung. Töte es. Skelett. Gut, hier muss noch irgendwo ein Pfeil sein. Achtung. Noch ein Skelett. Findet ihr so... Ah, ihr seid hier. Okay. Ich bin jetzt auch bei euch. Okay, wir haben ja nicht mehr genug Lava. Da hinten sollten wir nicht weiterschauen. Wieso nicht? Wieso? Boah, dein Kopf. Ich hab... Das ist deswegen. Genau deswegen. No, nein. Nein, das ist gut. So, ich geh mal hier runter. Hier siehst du noch Massig Eisen. Gold! Gold! Schau. Konfitzen, komm her mit dem Textrepekt, damit du siehst, was gelb ist. Okay. Gold, mein. Wo ist Gold? Ah, ja, okay. Das ist wirklich gelb. Und Lapislazuli. Und Redstone. Wo bist du hin? Hey, hier ist deine kleine Goldgrube. Also, hier könnten wir wirklich mal abbauen anfangen. Make it shine. Nom, 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 nom. Nom, nom, nom. Gut. Gesundheit. Gut, aber ich würde sagen, wir sollten dann bald wieder mal was an der Oberfläche machen, weil jetzt das Ewige nur in der Mine rumlaufen wird wohl auch irgendwann zum Zusehen langweilig. Ja, das ist dann eh ein tolles Stichwort, weil die Folge ist aus. Okay, also nächste Folge gehen wir wieder an die Oberfläche versprochen. Naja, ja, okay. Eben, hast du zumindest. Im Laufe der Folge. Ja. Okay. Dann? Dann, ciao Leute. Tschüss. Tschüss.